Ich habe jetzt wieder den Gegner bekommen und... Du musst nur ein bisschen die Nerven behalten. Wenn sie drauf und dran sind, Planeten zu verlieren, kommen sie. Meistens, wenn du zwei umgefärbt hast, also zwei Stück. Naja, es waren ja schon vorher welche gekauft. Wir haben sie nur mal verpasst, dass die, was nach uns gab, was sie abgefangen hat. Das sind Mareks, die kommen auch wenn sie unter sich sind. Okay, let's move to the front. Between the gates. And let us welcome them warmly. Ich sehe, ihr seid noch falsch. Nein, uns fehlt einer. Nein, einer fehlt, genau. Einer fehlt euch. Das heißt, nach dem Drop kannst du gerne mitmachen? Und ein netter, netter Mensch. Dann würde ich mich quasi anblieben. Ich wäre dafür nahezu perfekt. Ja. Sicher? Mhm. Also Pea, habe ich das richtig verstanden? Dann mach doch mal jetzt ein kleines Bewerbungsgespräch, du hast drei Minuten Zeit. Drei Minuten, das reicht nicht mehr. Wir assimilieren heute alles. Zwei muss auch noch ihre Gruppe verlassen, damit ich sie assimilieren kann. Zwei assimiliert CG. Ja, so hatten wir das gedacht. Könnt ihr euch nicht leisten. Wenn ihr noch einen Platz gerade frei hättet, dann würde ich sogar noch einen mitbringen. Ja, ich kann's das sagen wohl. Nichts auch gleich noch mit rein. Du kannst ihm zwar sagen, er kann gerne hierher kommen, aber noch haben wir keinen weiteren Platz frei. Nein. Es sei denn, es wirft jemand gleich das Zahntuch oder so. Endlich, du kannst nicht sagen, wir können uns das leisten. Du musst sagen, Zarok kann sich das leisten. Zarok kann sich das leisten. Gesamte CG-Unit einzuladen. Wir teilen ja unsere Unit-Kasse ein und dann gehört es uns ein. Ja, ja. Aber schlussendlich hat er es finanziert. Wir teilen ja alles. Zarok macht seine eigene Unit auf, passt schon. Der kauft die ganze Unit. Wir teilen ja alles. Wir sind Söldner, wir sind für Geld zu haben, was soll das? Die Schwarm. Ihr müsst ja erstmal überhaupt 300 Millionen bezahlen, damit wir uns überhaupt überlegen bei euch beizutreten. Hey Leute, macht unten eine Feuerlinie. Einer guckt auch mal aufs linke Tour, aber die werden vermutlich durch unser rechtes Tour durchkommen. In dem Moment, wo ich hier Seismax habe, schmeiß ich eine Julli hoch. Ich bin von Thunderbolt zum Zwingatieren. Hast dich. Und nachdem wir ein bisschen drauf gefeuert haben, kann es sogar sein, dass ich einen Push-Befehl gebe und wir stürmen rein. Bitte was? Hey, drück mich hier nicht weg. Wir stürmen rein. Sohan, lass mal. Du warst genau vor mich gestellt. Achso. Entschuldigung. Achso, irgendjemand hat mich runtergedrückt. Das heißt, derjenige da oben ist, muss dann die UIV setzen. Aber noch nicht. Ich hab leider keine dabei, fürchte ich. Ihr werdet beschossen. Ich hätte decken, Junge. Du Alphaturm. Wenn du getroffen wirst, stehst du falsch. Das ist ganz einfach. Ein bisschen schwierig. Bei Gauss sind noch Indus. Du, Gauss, ihr habt mich richtig. Jetzt kommen sie rein. Okay. Okay, UIV. Aufs linke Tor. Umschwenken. Der Renni ist sinnlos mit seinem... Warte, das ist spooky. Äh, sie haben auch ne UIV hochgesetzt. Kommt jemand dran? Der ist schon wieder weg. Ja, schon weg. Ich hab keine Lust, die ziehen wieder weg. Ziehen sich wieder zurück. Okay. Noch warten wir. So? Ehrlich? Ich warte, ich warte, ich warte. Die 100 Punkte hätte ich schon gern. Unsere UIV ist down. Jetzt ne neue. Soll ich ne neue? Achso, okay. Okay, nächste ist oben. Guckt auch jemand in unseren Rücken? Ich hab noch Seismix. Okay. Sind wieder auf unserer UIV drauf. Noch nicht die UIV starten. Noch nicht starten. UIV. Noch frisch. Das ist ein Armer, der wird jetzt angestarrt, der soll zu essen. Oben steht immer noch der Warhammer. Wir haben versucht, unsere Halden oder was immer noch da ist in die Luft zu jagen. Ist nicht da. Ist nicht da. alle gehen auf der rechten Gate. Alle gehen auf der rechten Gate. Alle gehen auf der rechten Gate. Wir laden. Wir laden. Wir laden. Da ist einer auf D4. Nicht stoppen, Mann. Nicht stoppen. Move, move, move. Er hat gesagt, es wird angegriffen. Los, da reinrennen. Alle Mavics sind Pussies. Wir zuschalten. Passt auf. Rechts am Tor. Rechts am Tor ist ein Atlas. Target destroyed. Und noch. Atlas down. Hinter und smaller. Blackjack. Friedrich. Thunderbolt. Down. Down. Weiter. Indias. Glaubt durch. Damit ihr auch schießen könnt. Wir haben rechts noch zwei. Pilo. Okay, denkt dran, falls etwas auf der Rampe ist. Lücken. Mh. Hinter uns. Kommt einer im Tor hinter uns rein. Okay, wir gehen auf die andere Seite rüber. Richtung Echo 3. Boah. Ja, wo du jetzt nicht bist. Bei Delta 3 steht einer. Thunderbolt. Gustav. Go to the other side. Echo stream. Warte auf den Rest. Target destroyed. Down. Ich hab auch ein Feature. Gehen wir wieder zurück. Und drücken nach D4. Okay, wir gehen nach Echo 3. Und warten hier. Und wenn sie zu der Ridge kommen. Wir gehen gegen. Noch nicht hoch. Komm noch runter. Das ist auf jeden Fall Seismix. Aria, noch nicht ganz hoch. Noch nicht hoch, Aria. Von den nachgetropfen kommen jetzt welche. Okay, und go. Storm it. Go. Storm it. No target acquired. Warning incoming whistle. Charlie Mawler. Siti. Danke. Schießt mir noch in den Rücken. Kein Problem. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin auf Lima. Alpha. Ich bin auch noch auf Lima. Second wave is gathering at Omega. Second wave is gathering at Omega. Center Torso. Critical Damage. Gate Level critical. Override shutdown. Override shutdown. New target acquired. Right level critical damage. Hinter uns. Mach durch Ziele an. Nehmen sie raus. Umdrehen. Bin down. Reaktor. Online. Was willst du für die zweite Welle? Heavy. Range oder short range? Durchaus range. Gut. Hey. Hey. Damit kann ich nicht die. Dann einfach zwischen die Gebäude. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Dicke von denen rausgenommen. Das war deren Assault Welle. Jetzt trinkt Schraub. Also ein paar laufen außen rum über. Rechts oder links? Also von uns aus rechts. Gut. Habe ich zumindest zwei gesehen. Wieso haben die zwölf Kills gemacht und wir dann neun? Weil sie dann nachher nachgeschoben haben. Weil wir standen vorhin, dass wir schon ge... Und weil sie Assault waren. Okay. We move to the right side to the houses. Heute kommt ein bisschen nach rechts rüber. Jawohl. Unterwegs. On my way. Da kommt ein Locust rein. Okay. Die haben drei Sniper. Kein Thema. Wir warten hier. Okay. Nochmal der Locust peak. Ja. Der Mitte diesmal. Bay kannst du noch ein Stück nach rechts. Oder Malus ein Stück nach links. Ja, ich denke das soll klappen, danke. Wenn ihr jetzt da aus der Ecke... Einen Seismic bei A7 und einen UAV bei... E7 ist irgendwas klein. Zwei UAVs oben bei F7. UV ist gestartet. Pirates Bane. Hat irgendwer die Armwaffe um die UAVs über uns runterzuschießen? Ja, Moment. Ich kann wieder ehrlich sehen, dass ich drausschießen kann. Ja, Moment. Sag mal. Ich bin fast aus der Reichweite für mich. Okay, UAVs down. G6 und F6 aus. Sieht jetzt auf G6 und F6 aus. Na, ich tötere nichts. Keine Menge. Achtung. Ein A-Team. Okay, die sind schnalt. Die sind Airstrikes. Okay. Hat verfehlt. Er wurde anscheinend irgendwo von E7 gesetzt. Ja, auf E7 steht noch ein Raketenboot. Okay, wir push all to right side in about 10 seconds. Wir push to right side in about 8 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 1, and go. Move, move, move. Push right side. Push right side. Webex. Black Knight. De. Papa ist top dog. New target acquired. Wenn ihr pusht, nehmt bitte. Ich gehe auf E7. Auf Delta. Okay. Okay. Pirate's Bane is down. Uniforms. Hier unten sind mehrere. Long Range Macks. Rechte Seite. Gib den Abo. Delta ist offen. Target destroyed. New target acquired. Ja. Genau. Ich bin waffenlosig. Ich gehe nach vorne. Hier, Calvin, Calvin. Geht weg. Nehmt sie aufeinander. Ach, dann nehmt sie ja noch. Das macht ihr ja super. You're doing well. Ähm, der Rest scheint bei F6. Ich muss beträumen. Ja. Abgesehen von denen, die natürlich noch irgendwo hinten stehen und snipen. Gut. Dann zernageln wir jetzt F6 und ziehen uns schon wieder zurück. Ja. Genau, F6. Das erste Hellslinge, der kommt gleich. Target destroyed. Sigma ist down. Wir haben hier noch ein Radio. Hellslinge. F6. Fuel at 25%. Fuel at 0%. Ah, ihr könnt jetzt gerne vorbeikommen. Ich bin da. Okay. Ist down. Sehr schön. Bis down. Ich bin sowas von offen. Zurück nach Omega. Okay, go back to the houses. Stay in full cover. Don't stay directly at Omega. We go left and right behind the houses in full cover. Das war doch mein schöner Ausflug. Das hat das ganze doch ein bisschen ausgeglichen zumindest. Dann könnten wir öfters machen, so nicely. Pfff. Recht krass, wenn die Gegner die normalen XL-Engines haben wie wir, ist es so einfach die zu töten? Ja. Ist man gar nicht gewohnt, oder? Ja. Ist gar nicht gewohnt, dass man merkt. Alle haben so viel umfällt. Wir brauchen nur auf eine Seite. Versteckt euch hinter den Häusern, sodass ihr nicht eingeschossen werden könnt. Das schauen. Rita. Diejenigen, die schon im dritten Mech sind, werden sich jetzt ein bisschen zurückhalten. Die im zweiten Mech dürfen dann immer vorgehen. Ja. Ich hoffe, wir sind hier gleich. Wenn ich vorgehe, bin ich gleich tot. Im ersten Schuss. Wie viel in Mech bist du? Im zweiten. Noch. Also einen Schuss und du bist tot, oder was? So ziemlich, ja. Mein Center ist offen und orange. Okay. Ja gut, nee, dann bleib an unserer Seite, du hast recht. Ich werde wahrscheinlich sowieso gleich rausgenommen, wenn sie mich mal aufgeschalten haben. Von dem her. Ich komme dann nachher mit dem Mauler. Warten die jetzt, dass wir rausdrücken, oder was? Wir haben Kelly, die werden schon kommen müssen. Die werden versuchen, sich irgendwie zu sortieren. Wir werden sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Rechte Seite kommt was Zeus und ein Hopper habe ich gesehen Zeus Wicken Sie sich Richtung Mitte, wie es aussieht F6 war was Linke Seite scheint relativ frei zu sein Oh, Mitte bei F6 ist was Hop Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich habe hier eine EUV gestartet Wir haben ECO6 war ein Rohrhemmer Ach, E6 ist auch jemand Und von irgendwo kommen Raketen Von ECO6 kommen sie Box6 ist noch immer einer Berta, Berta, Marauder Da sind jetzt relativ viele Okay Die werden jetzt hier durchkommen gleich Also entweder wir drücken nach rechts Oder wir gehen nach links rüber Weil Mitte und rechts We go links We go left We go left All come left All come left Also Richtung G6 Ja, Richtung FOX6 Also geradeaus Oder nach rechts Das ist Mitte Mitte links Box6, FOX5 Okay Okay Okay, Endstorm, left side. Go, go, go. Linke Seite ist was hinter uns, hinterm Hügel. Yankee. Bravo, bravo, Marauder. Right torso, critical damage. Right torso, destroyed. Beide Beine auf den Seiten. Beine auf den Seiten weg. Marauder ist gelenk. Ich habe ihn als der andere genommen, yay. Ich habe ihn noch getötet. In der Mitte sind viele. Geht ran, macht sie fertig. Charlie, Charlie. Wir sind da drüben. Einiges. Ja, ich war schlecht. Weg. Ach, fuck. Einiges, einiges. Okay, Leute, die gerade droppen, auch wenn ihr am letzten seid, wir gehen hin und unterstützen. Okay, jetzt komme ich im Brawler. Okay, nicht unterstützen. Stay near Omega, stay near Omega behind the houses. We have to gather up, we have to gather up. We have to gather up. Sie stirbt jetzt. So, voll, wie läuft's? Ist knapp. Wir haben noch unsere mehrheitlich ... ... unsere Assault-Land zu nehmen. Okay. Oh, der Atlas. Was ist das? Da kommen jetzt irgendwie schon Da kommt da Der Pumper Und der Lohorn An welcher Seite kommen wir denn raus? Einigermaßen sicher Denke Seite, rechte Seite Ja rechte Seite können wir gerade rauskommen Da stehen schon einige von uns Auf der linken Seite ist eher schlecht Und ich komm nach rechts Toppel Charly ist fast da Lass mich ja beraten Ich hab ein paar Sniper hinten Ich war eben auf der linken Seite und da hab ich Haben die da Sniper? Ja beim rechten Tor da Stalker zumindest Warte mal schnell gucken Zeuss ist da auch noch Warheads Ist direkt was um die Ecke? Fox 6 Bin leider Perma tot Target destroyed Sagt euch Ziel an, nehmt sie raus Ich muss warten Ich hab keine Range Okay Ball push to the middle In 5 seconds Go 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 3 2 1 Now go 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 Xsulu der Zeus Middle in middle Zulu fort X-ray muss X-ray, rechter Torso und Center Torso offen Critical Center Torso noch nicht rücken Da ist er die Ablaufsniper Jep Könnt ihr noch versuchen zu retten Wunderbar New Target acquired Hat doch fragt Geh nach vorne Warte Warte Jetzt ist es Leib ein bisschen Ich geh nicht mal in Deckung Wenn ich zum schieße Target acquired Feindliche UAV in der Luft Ja New Target acquired Ehm Sollen wir ihn hinterbären pfuschen Oder was sollen wir machen Geht schon Okay Links neben dem Tor steht ein Wohlfahrer Okay, jetzt ist er weg Nehmt noch raus was hier geht Und dann zieht euch wieder zu Omega zurück Ja Frage ist was da noch geht Glaub wir sollen direkt wieder zurückziehen Oder wir gehen zwischen die Tore Jetzt sind wir eh schon vorne Ja, ist auch ne Idee Peggy? Nein Okay Now move backwards Do right Do fighting by moving backwards Left torso Critical damage Right leg Critical damage Heat level Critical Move backwards But fight by moving Move backwards New Target acquired Wenn ich hier rausgehe bin ich tot Achtung ich bring die Wenn du da stehen bleibst bist du auch tot Ich weiß ja nicht wo du bist Einfach rückwärts gang rein Leute Dann bin ich zu langsam Dann werde ich trotzdem weggesnipert Und kann mich nicht wehren Weil meine Ruhe nicht hoch genug ist Entspann dich Ist alles gut Oh Wir haben ja auch Zeit Ist halt so Nimm den Oxide raus Es ist schon so, er hat schon recht Natürlich ist das auch so Nein Nein Beim Rückzug Deswegen haben wir ja alle vier Marta Marta Oxide Wir haben den Oxide können Kommt jetzt nach Omega Denkt er G6 Marta Marta bei Omega Beine 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 außen Target destroyed Marta Marta down Dankeschön So klarer Stand lass ich jetzt bloß keine Das war's dann schon wieder Naja ist nicht so schlimm wir haben noch Omega Ja So jetzt bleibt alle in Deckung Dass sie kommen Stay in your houses So they have to come Hinter den Häusern Oder hinter Omega Hinter den Häusern User disconnected from your channel Na also ich danke ganz gut für uns aus Solange sie in den vier Minuten nicht Zu Omega kommen und es kaputt kriegen Sollte Double Olaf und Oxide Otto Otto So Bleib in Deckung Da da ist lass du Sniper Nur wenn du ihn Er ist auf jeden Fall immer UUV hochgeschossen UUV FOX6 Zeus Jungs immer noch FOX6 UUV Ludwig Ludwig So rechter Seitentorso UUV stand cap Daumen Wolberry Paula Paula UUV Okay hier links Ist Scheisse Wir haben eine Cicada Konrad 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 Jep Mal gucken vielleicht rechnet er mit Ich finde er bewaffnet sich Er weiß dass du kommst Ja Ja Die Bachen piegelboh Hat ihm jetzt in dem Fall nicht viel geholfen Hat ihm trotzdem wehgetan Oxide kommt wieder hoch Die Cicada ist jetzt Oxide ist jetzt hin Ah mit Waffen los Das ist halt erquert Nicht ejecten Vor dem Feind rundtanzen Lass sie sich heils schießen Wir haben eine Cicada Und ein Panther An der Ecke von E6 An der Ecke von E6 Jetzt kommt noch was Vor den Gegnern rumtanzen Zwei Minuten noch Eieieieiei Querebeck 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 Schwer beschädigt Da kommt was fettes Da kommt ein awesome Holzreuss Was? Ne ist Mauler Sehr schön Sehr schön Ja Mauler Linker Torse Rechter Torse Entschuldigung Richard Richard Seitentorse Center Center Target Destroyed It's down Ich hab den Warhammer doppelt Siegfried Da ist noch Warhammer ja Sag ihm mal dass ich da bin Der Locust ist auch wieder Ich hab's gesagt Siegfried Siegfried Center Torso Target Destroyed Und down So wir haben noch einen Was ist das? 1 Minute Locust Terra Terra Wir müssen in der Minute auch noch Omega rausnehmen Das Omega jetzt Target Destroyed Jawohl Locust ist down So Hector Hector So Hector So Hector Kilo Kiloa Wein oder Rücken Target Acquired Acquire So Hector Neck einmal mitgenommen für die AC-20 Oder zu viel daneben geschossen Ja auch gut Free Hunt We have Free Hunt Also jagd wo ihr wollt Das kriegen die nicht mehr gebacken Kilo Kilo Bein oder Rücken Die Kader ist das Bein offen Ja Select Dann komm ich wieder nicht rechtzeitig Um irgendwas zu Töten Time to control 3 2 1 Hier Leute das war ein sauberer Sieg Ich hab schon gespielt Ich hab schon gespielt Ich hab schon gespielt Ich hab schon gespielt Oho Ja ich bin rank 4 Pah Pah Kratzehäle Puh So ich und Marduz werden uns verabschieden Wir sind rüber Danke für eure Hilfe Danke für die Boots Danke für die Boots Ne, wird es mir jetzt auch zu spät.